Wer viel Bügelwäsche hat, der will auf eine Dampfbügelstation nicht mehr verzichten. Der Unterschied beim Bügeln zu einem Dampfbügeleisen ist sofort spürbar. Das Glätten der Kleidung und Textilien geht viel leichter von der Hand. Durch den hohen Dampfdruck und Dampfmenge haben Falten keine Chance. Dadurch spart man Zeit und die lästige Hausarbeit wird deutlich vereinfacht. Die vielleicht beste Dampfbügelstation ist aktuell die Philips GC9642-60 Perfect Care Lead Silence. Meiner Einschätzung nach gehört sie momentan zum Nonplusultra in diesem Produktbereich. Deshalb ist das Gerät auch momentan meine Empfehlung. Die Vorteile im Check Intelligente Steuerung der Bügeltemperatur und Dampfmenge durch die Optimal-Temp-Technologie Leicht gleitende Bügelsohle mit optimaler Dampfverteilung Beste Leistungen beim Dampfdruck und Dampfvolumen Abnehmbarer, großer Wassertank 1,8 Liter mit großer Einfüllöffnung Entkalkung läuft automatisch ab Nur der Kalkkollektor muss von Zeit zu Zeit geleert und gewaschen werden Sehr leichtes Handteil mit nur 800 Gramm Extrem leise beim Bügeln Hervorragende Bewertungen durch Textilinstitute und Kunden Der einzige Nachteil ist der etwas höhere Preis Bevor ich die Dampfbügelstation ausführlich vorstelle, gibt es hier eine kurze Übersicht der wichtigsten Funktionen und Eigenschaften der Philips Dampfbügelstation Maximaler Dampfdruck 7,2 bar Konstanter Dampfausstoß beim Bügeln maximal 145 Gramm in der Minute Dampfstoßfunktion bis zu 490 Gramm Wassertankfassungsvermögen 1,8 Liter Automatisches Entkalkungsprogramm Ja Einfaches Glätten mit hohem Dampfdruck und Dampfvolumen Die Dampfbügelstation von Philips ermöglicht sehr schnelles Bügeln durch einen sehr hohen Dampfdruck von maximal 7,2 bar In Verbindung mit einem konstanten Dampfausstoß von bis zu 145 Gramm in der Minute bekommt man auch hartnäckige Falten und festere Stoffe schnell und einfach glatt Durch den hohen Dampfdruck wird die bei diesem Gerät große Dampfmenge sehr gut auch durch dickere und widerspenstigere Stoffe gedrückt Das ermöglicht schnelleres und besseres Bügeln Die Dampfbügelstation von Philips hat einen sehr großen Wassertank mit 1,8 Liter Fassungsvermögen Das gehört zu den größten Volumen in diesem Bereich Philips hat mit der speziellen Bügelsohle ein eigenes System entwickelt Laut Testbericht vom ETM Testmagazin ist die Gleitfähigkeit dieser Bügelsohle hervorragend Durch die Beschichtung wird eine sehr gute Kratzfestigkeit erreicht Gleichzeitig gleitet das Bügeleisen schnell und einfach über die Bügelwäsche Ein weiterer Vorteil der Bügelstation ist das sehr leichte Handstück, oft auch Handteil genannt Gerade einmal 800 Gramm bringt es auf die Waage, was das Bügeln deutlich erleichtert Der Griff liegt laut Testern und Kunden sehr gut in der Hand und ist ergonomisch gestaltet Innovative Optimal-Temp-Technologie erleichtert das Bügeln Die innovative Technologie von Philips ermöglicht das Bügeln ohne auf die Bügeltemperatur und die Dampfmenge Einfluss zu nehmen Die Bügelstation erkennt automatisch die Gewebeart von Stoffen und Materialien und passt die Bügeltemperatur und den Dampfausstoß dementsprechend an Ob Sie Jeans, Hosen oder ein Seidenhemd bügeln macht damit keinen Unterschied mehr Das Vorsortieren von Bügelwäsche wird überflüssig und Temperatureinstellungen brauchen Sie nicht länger zu interessieren Auch das lästige Warten auf die Temperaturveränderung fällt weg Sie bügeln einfach weiter Brandflecken können nicht entstehen Das garantiert der Hersteller Die Entkalkungsfunktion Diese Funktion sorgt für eine regelmäßige Entkalkung des Leitungswassers Damit wird ein Entkalken von Hand überflüssig Wenn der Kalkkollektor voll ist, dann wird durch ein Licht an der Station darauf aufmerksam gemacht Gleichzeitig ertönt ein Signal Dann lässt man die Bügelstationen abkühlen und nimmt einfach den Verschluss ab Darauf läuft Schmutzwasser mit dem entfernten Kalk ab Einfach eine Tasse oder eine Schüssel drunter halten und das Ganze entsorgen Einfacher geht es nicht Die Philips GC96-42-60 Perfect Care Leit Silence Dampfbügelstation ist auch von unabhängigen Textilexperten getestet und gelobt worden Textilinstitute wie DWI, Ivto und Wohlmark haben in eigenen Tests die Bügelergebnisse auf verschiedenen Stoffen und Geweben geprüft und bestätigt Die Dampfbügelstation Philips GC95-40 Perfect Care Silence ist meiner Meinung aktuell das beste Gerät auf dem Markt Die von Philips entwickelte Optimal Temp-Technologie ist wirklich innovativ Das Bügeln wird damit nochmals deutlich einfacher und schneller Dass die Technologie einwandfrei funktioniert, zeigen Testberichte und Erfahrungsberichte Mehr Informationen dazu und die günstigsten Angebote immer aktuell auf meinem Blog Das Bügeln ist eine gewaltt Brennungen zur Höllegebung Das ist eine Wohlmark Das ist eine